Hallo Leute, hier ist wieder Hof151 und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem Let's Play bei LS19 mit der Motorweiterung Seasons. Ich bin Klaus von der Elteren Generation und ich habe mir zum Rentenartezied und Hof geleistet und mache jetzt ein bisschen Landwirtschaft. Um noch ein bisschen was zur Rente dazu zu verdienen, habe ich gedacht. Jetzt wollte ich euch erzählen, was gestern passiert ist. Da kam mir so ein geschniegelter Verkäufer an und er hat auf mich eingeredet oder eingeredet und mir von den Vorteilen erzählt und so. Ja, was soll ich sagen? Na ja, hat er meine Unterschriften, da war er aber ganz schnell weg. Und das war die Unterschrift hier in diesem großen Bauwerk da hinten. Das ist also mein neues Windrad. Und zwar hat er mir erzählt, dass es 59 Euro bringt pro Stunde und dann hätte ich ausgesagt eigentlich, es würden 24.000 pro Tag werden und und und. Ja, ist sowas so richtig. Nur ich habe eine 9-Tage-Saison und da stellte ich raus, ich bekomme pro Stunde 250 und pro Tag sind das so gerade mal 6.000. Und ja, also das braucht mir nicht mehr in ein paar Tage zu kommen. Und das dürfte ich hier meine Kalkulation noch durcheinander. Das heißt, ich bekomme immer noch einen Tag, ich bekomme noch 25 Prozent, aber das braucht halt vier Jahre, bis ich den amortisiert habe von den einer mehr. Und nicht ein Jahr, wie ich gedacht habe. Ja, also das mal dazu. Dann, da ich jetzt für Neues immer so empfänglich bin, habe ich mir jetzt ein Feld-Info da gekauft, ein additional. Ich weiß nicht, ob das schon drauf ist. Also, wenn ich jetzt hier. Also, da sieht man natürlich wie groß mein Feld ist. Ja. Vorher zur Ruhe von Barland. Meistens. Geduldig 80 Prozent. Feld 24 Fläche. Also, ich habe mehrere Flächen. 0,27 Hektar. Ja, und ich hatte jetzt gesagt, ich bekomme jetzt hier auch Informationen, wie viel das hier bringt. Also, also, jetzt geht mir dann die Feder durch. Da bin ich halt gestern. 100 Prozent. Ich habe mir gerade mal. 0,27 Hektar. 0,33 Hektar. Ok, und da hinten das Feld. Wie bringt das jetzt hier? Das ist da hinten mein 19er. Wie viel Feldschädel? Also, ich habe jetzt die Feld-Info. Und, ähm, geben wir also Gratz. Der hat also fünf Hektar. Das ist mein größter Feld hier. Feld 19 0,71 Hektar. Und, ähm, geben wir auch eine Doe Kstage. Das ist mein größter Feld. Das ist mein größter Feld. Ich habe das 6 Hektar Landsflaschen 6 Hektar Landsflaschen 6 Hektar Landsflaschen haben wir also Wir haben das Feld 2 Hektar Wir haben das Feld Okay und was ist das Landfels also da habe ich 5 Hektar und hier habe ich 6 Hektar und 6 Hektar und also 11 Hektar habe ich schon mal und was kommt von dem, der muss auch 4 Hektar haben das Land habe ich auch gekauft hier und das Feld 23 das Feld 23 das Feld 23 habe ich halt auch gekauft und das habe ich gekauft das gehört mir jetzt auch hat es nur 57 Hektar die Landflasche ist aber 38 Hektar 66% gedüngt als der Frucht verösaat ja machte das vernünftig genommen also ich muss jetzt mal schauen die Felder drinnen gehauen werden da da und wäre es wichtig dass sie Boden beschöpfen hätte müsste also wieder gedüngt werden da war bisher also nur nur dass sie Ölsaat drauf und mache ich dann nochmal ja also die neue Vorschläge mit denen Leute nicht so gut aufsetzen können wir mal versuchen also wir möchten dort ja auch eine gute Anträge haben und ja also soviel mal jetzt hier zu meinen zu meinen Experimenten jetzt hier und jetzt müssen wir mal aussteigen jetzt müssen wir mal zu den Pferden laufen und da oben müsste ich auch gehen also meine Pferde außerhalb mein möglicher Spaziergang ich war heute mal irgendwie auf Eikostour da oben und von daher wollte ich jetzt sehen was jetzt hier das Feld irgendwo gebracht hat also da muss ich dann nicht mehr so runter gehen da sind wir genau wie ich wollte heute will ich also jetzt sind wir drauf okay kommen wir jetzt herüber wir kommen aber gut also ich reite mit Charlie aus die Mandalusia und das würde die Grenze wahrscheinlich hier aus seiner Heimat Orangen und Äpfel und ähm jetzt ist mein neues Badzeichen also dieser dieses Winter das Rekord bringt also 600 Euro pro Tag ein Gewinn und dieser Gewinn reicht aber nicht aus um das Geld abzubezahlen da brauche ich also vier Saisons für also weil ich habe ja neun Tag Saison sind also 36 Tage im Jahr da brauche ich also vier Jahre für um das mit den Änderungen abzubezahlen aber ich habe ja noch zwei so eine Kollektoren und die Obstbomotionen und alles zusammen bringt da so ungefähr 30.000 Tage er kommt bisher und wenn ich das alles verwende ähm dann könnte ich das Ganze das erkannt in einem in einem Jahr abgezahlt bekommen hinter 36 Tagen also und ähm ja also hat man dazu sorgen und äh durch eine unbedachte Unterschrift unter diesem Vertrag habe ich jetzt also den 800.000 Euro Kredit an der Backe. Und ich ging davon aus, dass ich jetzt hier die Geinnahmen habe. Die Geinnahmen sind ja auch nicht falsch, aber dass das für mich nicht die Geinnahmen bedeutet, sondern nur für jemanden, der eine 3-Tage-Saison hat, das hätte er mir sagen müssen. Hat aber nicht, weil er hat schon das Grün in meinen Augen gesehen, das materialistische Grün, dass ich also auf Geld ausbinde und wieder mehr Geld und dann schnell und ohne viel Arbeit und so und das hat er dann ausgenutzt. Ja, der soll mir nicht mehr auf den Hof kommen, ne? Dann lass ich den Hund los. Ja, dann habe ich noch so eine Dreiart hier gekauft, aber ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt hier, dass sie drauf ist. Ich habe das noch gar nicht gefunden. So ein Ape nennt er sich. Den fand ich auch gut, weil meine Jugend hatte da so einen Kohlehändler in der Nachbarschaft. Der fuhr also mit so einem braunen Ape durch die Gegend und lieferte Kohle aus und schiebte dann die Kohle auch in die Häuser hinein, in den Keller. Ja. Also heute ist die zweite Phase im Frühling. Wir haben heute den vierten Tag und insgesamt haben wir jetzt, ich glaube, den 39. Tag hier und den 40. Tag schon. Von meiner erstbarsten Erkundung, jetzt ist es eine Etablierung. Ich habe mich also jetzt hier ins Nebenport niedergelassen und beschlossen hier zu bleiben. Deshalb auch den Felder gekauft und deshalb auch die Investition in das Winterland dort oben. Und so eine Kollektoren habe ich auch noch. Und ich möchte also hier bleiben und das hier weiter ausbauen. Natürlich träume ich auch davon, irgendwann mal die schönen großen Felder dort oben zu bekommen. Und die Frage ist, wie kann ich so viel Geld machen, um mir diese großen Felder dort oben mal zu leisten? Um dann nochmal andere Erntemethoden und so zu probieren. Also, dass man mal so großes Feld abenden kann und so. Das kann ich hier im Moment eigentlich gar nicht. Und ein kleines Feld abzuenden ist schon was anderes. Weil da hast du nicht so viel Platz. Der Schuss ist auch nicht so viel Platz. Der Schuss ist auch nicht so viel Platz. Und das ist nicht so einfach hier. Und vom automatischen Abtänken kann doch gar keine Rede sein. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier durch die Bombe durchgekommen habe. Also, Charlie, das war's hier von unserer Runde heute Morgen. Und ähm... Okay. Willkommen einleiten. Jetzt muss ich mal gestiegen. Also, Charlie ist wieder da. Ja, hab ich gesehen. Okay, dann kommst du jetzt an. Also, wir halten aber heute nicht in dem Kuhle, ne? Das weißt du hoffentlich. Ich mag nicht so, wie du dann einmal daraus aussiehst. Okay. Also, das ist der Waldo. Mein neuer Gast. Mein neuer Pferdegast. Und ich habe die alten, wollten die eigentlich immer zurückgegeben. Die habe ich zurückgegeben. Und jetzt habe ich wieder zwei neue Pferde. Wieder einen schwarzen und weißen. Und ähm... Ja, also Waldo und ähm... und Charlie. Ja, also... Ein Ziel war jetzt hier, dass ich meinen Feldervermögen hier anhebe. Ich habe jetzt also für 770.000 Euro habe ich Felder für eine Dreiviertelmillion. Und äh... Ein Kreditvolumen habe ich jetzt durch die Sonnenkollektion und den Windhalt von 1,2 Millionen, glaube ich, ungefähr. Also, ich habe jetzt noch ein bisschen, da bin ich noch ein bisschen Luft da oben. Nach der Investition, aber die Zahlen werden momentan schon über 4.400 Zinsen für die 800.000. Gestern habe ich 50.000 Applitzahl, jetzt habe ich noch 750.000 Schulden. Aber jetzt kommt ja jeden Tag wieder Geld rein. Durch die Sonnenkollektion, durch das Windhalt. Also, da habe ich jetzt schon mal 30.000 jeden Tag. Und dann mache ich noch mal 1.000 Euro mit in zwei Fäden. Vorher habe ich 4.000 Euro, vorher hatte ich 2.000 Euro. Jetzt habe ich nur noch 1.000 Euro. Dafür habe ich ein bisschen mehr Zeit. Jetzt sind wir jetzt Zeit für Missionen. Weil, darauf wollte ich mich ja mehr konzentrieren in diesem Jahr. Ich habe also ein Lohndienstleistungsunternehmen hier gegründet. Und das hat im ersten Jahr recht gut eingeschlagen. Die Dienstleistung wurde angenommen von den Großbauern. Und da konnte ich also einen guten Umsatz erzielen. Und dabei möchte ich bleiben. Was nicht so gut gelaufen ist, ist der Transport. Ich habe also ein paar Transportunternehmen, ein Transportunternehmen gegründet. und den ethnischen Transportunternehmen ausgeführt. Aber, ich habe da Probleme mit den Paletten. Und zwar bleiben die immer hängen, die Paletten. Und das ist ein Problem. Also jetzt möchte ich nochmal kurz ein bisschen langsamer fahren. Wo sind wir jetzt hier? Weiter. So, jetzt wollte ich mal schauen, ähm, wie soll ich sie mit auftreten heute haben. Also, hier habe ich wieder einen Dünger auftreten. Falt 13, wenn man das sieht. Wo ist Falt 13? Falt 13, down. Das ist Falt 13, ein großes Feld. Nehmen 12, okay. Ein schwieriges Feld eigentlich. pur gewesen. Und, äh, jetzt bin ich ja neuerdings mit kurz bei unterwegs. Also, Falt 13, number. Falt 15. Also, Falt 15 habe ich auch schon gedüngt mit meinem Geld oder nicht. Falt 4. Und nochmal, Falt 21. Habe ich auch schon gemacht. Richtig, Falt ist doppelt. Denkt ihr das zweimal hintereinander oder was los? Halt da auch ein Transportdopter? Ja. Den ging es dann vom Zementwerk zum Transportform. Ja, das sind dann in der Ziemann in der Fahne oder 8 Mark. Ich habe jetzt eine neue Palettengabe gekauft. Wollte ich eigentlich gleich probiert haben heute, aber mit dem riesen Auftrag. Außerdem zur Transportform möchte ich mit Auto 3 vielleicht die Fahrt erstmal einfallen. und dann kann ich den hin und zurück fahren lassen. Oder wie war das? Ja, aber erstmal machen wir die anderen Aufträge. Falt 4 ist der nächste Auftrag. Falt 4. Wo haben wir Falt 4? Falt 4. Da haben wir Falt 4. Falt 4 habe ich vergessen gehabt oder nicht? Falt 4 nochmal. Oder hat das gesehen nicht angenommen oder was war los? Also, das ist meine Finanz von heute. Ich habe also schon 10.000 Euro einnahmen. Und ich habe vergessen. Also, da lief der Winter halt 24 Stunden. Da habe ich also 30.000 Euro einnahmen. Und früher habe ich nur 25.000 Euro. Also, das ist ungefähr eine Differenz von 4.000, 5.000, 5.000, 6.000 Euro. Die ich dann da für das Winter halt bekomme. Und dann hängt das glaube ich ab von der Windgeschwindigkeit und so. Und da unten kriege ich 1.144 für die Gefährdepension. Und da ist also, da sind die 10.000 der Honig drin. Da sind die 8 Bombe drin. Aber 30.000 schonmal so auf die Hand jeden Tag für nichts tun. Also nichts tun ist nicht ich. Ich muss die Fäde ja ausreffen. Und ich muss auch die Obstbombe bewässern. Also, wir machen zurück. Ja. Also. Also. Wir müssen hier einmal retten hier. Vielleicht hier runter gleich. Da müssen wir hier nach unten kommen. Da sieht man also von hier oben auf gut das Windrad. Das lässt sich also. Wind haben wir immer. Ich könnte hier auch den Wind nachschauen. Also bei 6,6 bis 7. Sieht halt sehr gut aus. Ja. Temperaturen liegen bei 60 Grad schon. Coolen Temperaturen. Und wir sind jetzt hier in der zweiten Phase im Frühling. Habe ich schon gesagt. Ja. Dann können wir jetzt durchgehen. Und dann halten wir mit den anderen. Habe ich. Ja. Waldo. Ich gebett er es hier. Wir sind neun in zu Hause. Ich hoffe du fühlst dich hier wohl. Also wie wir es jeden Tag aushalten, so einen Pferdehelfer kaufe ich nicht, ich will keinen Pferdehelfer, ich möchte die individuelle Beziehung zum Pferd und das bist du, weil ich finde es ja auch, dass es besser ist, oder? Also, jetzt müssen wir also heute noch die Düngeraufträge machen, wir haben jetzt 9 auf 3, wir haben die Düngeraufträge zu machen und ich muss eine Wasserhunde machen, eine Futterhunde vielleicht auch noch, für die Pferde. Kaum habe ich gesagt hier, halten wir gleich ein bisschen schneller, also, weil du denkst mit, oder mein rechter Fuß, weil ich sitze hier, wo du mir hängst, ich habe zwei Pedale und damit steuere ich dann auch den Waldo und gebe dann auch Gas. Ja, also das erste Barrio war ganz gut, das erste Jahr, wo zwar viele Fehler gemacht haben, aber mit dem zweiten Jahr begann auch viel mit Fehlern, der Walse im Winter hat gekauft, der Walse im Winter hat einen Fehler, tja, also, wenn ich an der Gilde denke, der Engel ist in der Backend und da müssen wir erstmal, und ich habe expandiert für 2021 gekauft, weiß noch gar nicht, was ich eigentlich machen soll, das ist ja Benden soll, also, hier sollte eigentlich wieder Geist wachsen, ich weiß nicht genau, wo mir kein Geist wächst, muss ich jetzt gleich dran sein, oder? Ja, also, da wechselst du kein Geist kommentar, dann warst du alles abgehendet, und, ja, also, mit dem Reihenletten, dann warst du es. So, Wurzeln, und da habe ich nicht so viel aus, aber nochmal, die waren da gar nicht in der Leibkuhle arten, also, Also, ich verstehe, die haben mathematisch auch eine Leibkuhle geartet, und das ist sicher ein paar Mal im Leibkuhle herumzuhlt, also, so sieht es aus, ne, weil du, siehst wie gut aus, ja, also, wie sieht es jetzt aus, also, bei Waldo, mit dem Prozent Fitness kommt jetzt, ja, wahrscheinlich auch langsam, und bei Waldo haben sie fast erreicht, 98 Prozent, täglich steigern, 205 Prozent, sehr gut, und hier brauchen wir Hafer und Heu, und Wasser wollen wir auch nachschütten, und so, Wasserhafen und Heu brauchen wir auch. Gut, also, wenn wir jetzt die Wasserrinde machen, gehen wir zur Wasserrinde, und, ähm, dann brauchen wir jetzt mal den Wasseranhänger, Ja, eine Wasserpumpe hatte ich auch schon gekauft, habe ich überall zerlegt, in den Obstbomben, und, ähm, an der, in den Feldern trägte, Ja, aber, das hat dann keinen Effekt gehabt, jetzt habe ich gelesen, ja, es hat deshalb keinen Effekt gehabt, weil der, weil der Mindestbegel bei 15 Prozent bleibt er hängen, und ich wurde schon nervös, weil der jetzt quasi, ähm, und das würde dann auch heißen, dass also die Bäume immer bei minus 15 Prozent hängen, und, ähm, und dann dabei auch von 05 Prozent keine Wasser bin, und dann weiß ich, wie es ist, dass das – das ist bei Süd, und Jeb is in Endokids Asm Also ja, also mal eindrücken und und dann da undert haben wir und dann kommen wir hier hoch. Wir haben den Korrektor vorbei und dann werden wir hier und dann haben wir Wasser da schütten. Und dann war gar nicht viel, was er gebraucht hat. Und dann können wir dritter, was da kann, was haben die noch gebraucht. Und dann nehmen wir jetzt mal, dann nehmen wir jetzt mal hier. Nehmen wir hier. Dann gehen wir mal weiter. Ja, da kann ich noch Mist. Wenn ich hier noch Mist schütte, dann dann nehmen wir den Mist kapieren. Mal den nicht, Jervin. Was ist mit dem? Der nimmt kein Mist hier. Kein Wasser hier oder was ist hier? Kein Wasser. Kein Wasser. Kein Wasser. Kein Wasser. Okay. Und dann kommen wir rüber. Durch die Ante hier. Dann muss ich jetzt hier für den Himmel drücken. Ich weiß sie genau. Also, ich hatte jetzt hier noch ein bisschen mehr Wasser. Okay. Und dann nehmen wir noch einmal Wasser. Den hier. Und dann wird jetzt auch noch einmal Wasser. Wasser. So. So. Jetzt haben wir die also alles bewässert. Und ja. Also, die Wasserpumpe funktioniert, wenn, um jetzt verdursten zu werden, dann quasi auch bei den Baum. So. 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 Das argument war. Also ich habe eine neue, eine neue Palette그� byłe gekauft, ich weiß nicht ob die jetzt hält, bloß wie die die man schon hier, also. Ich habe mir auch schon einen Job gemacht, weil es so seitdem ist es noch nicht mehr weiter. Ich habe mir hier einen Job gemacht, ich habe einen Job gemacht, ich habe einen Job gemacht. Ich habe einen Job gemacht, ich habe einen Job gemacht, ich habe einen Job gemacht. Ich habe einen Job gemacht, ich habe einen Job gemacht, ich habe einen Job gemacht. Ich habe einen Job gemacht, ich habe einen Job gemacht. Ich habe einen Job gemacht, ich habe einen Job gemacht, ich habe einen Job gemacht. Ich habe einen Job gemacht, ich habe einen Job gemacht. Ich habe einen Job gemacht, ich habe einen Job gemacht. Ich habe einen Job gemacht, ich habe einen Job gemacht. Ich habe einen Job gemacht, ich habe einen Job gemacht. Ich habe einen Job gemacht, ich habe einen Job gemacht. und ich möchte die Felsen ein bisschen sauber machen, also, also, das war auch schon, ich möchte jetzt mit dem Geld gehen und das jetzt mit dem R, ok, dann müssen wir das ein bisschen sauber machen jetzt hier, also, also ich wollte gerade eigentlich die Felsen, die wir gemacht haben, weil ich gar nicht gesehen, dass das so viel Direktoren war, aber das war wieder ganz freundlich, also, so, hier haben wir, und dann kann ich mal noch etwas nach unten schauen, also, haben wir die noch, ja, die haben wir noch, also, muss ich ein bisschen Dünger eintun, oder wie, und die Geld auslangen, ja, und, äh, dann werde ich mal zum Shop gehen, das war 2, 4, 4, 4, 4, 4, genau, das ist halt dort oben in der Mallorcai, da war ich auch gestern auch schon, oder nicht, oder das ist nicht registriert, also, ich krieg schon ein paar Aufträge gedoppelt, ich hab mir recht sein, also 18.000 habe ich dazu bekommen gestern und, äh, Jetzt gehen wir jetzt mal zum Shop und jetzt wünsche ich, da wollen wir im Shop ein bisschen was einladen. Wir sind 94 und damit wir ein bisschen drin haben, dann fangen wir jetzt zum Shop zum Fall 4. Also bei der Seite muss immer ein bisschen Flüssigkeizdünger drin sein und deswegen habe ich jetzt mehr davon und packen wir mehr Haltungen mit dem Flüssigkeizdünger hingestellt, um dann einmal so ein bisschen abzufüllen. Und ja ansonsten sollte dann anschließend die automatische Füllung machen vom Helfer aus. Aber wie das Helfer, als man sieht, ist es bloß im Tank drin und das wird dann startet. Also die Initialzündung, eine Initialladung. Also der Helfer braucht eine Initialladung an Flüssigkeizdünger oder an Wienerhaltsdünger und er kann erst mal selber nachdenken. Aber wenn er ganz leer ist, dann funktioniert er nicht. Also hier ist also die Mockerei und ja jetzt möchte ich den eigentlich hier so drinnen schön, dann doch mal mit X, mit X mal. Also hier hat er eine Anstrengung und ja. Also hier hat er ein wenig Flüssigkeizdünger, aber also der Mäschchen ist der Fussigkeizdünger. Ich bin viel zu weit, jetzt hier so, ich muss so hochfahren vielleicht, so bis man nie bis dort. Und dann, dann möchte ich jetzt mal den Kurs mal machen und nochmal dort hin, natürlich das Feld 4, ja, Vorgewende, ja auch mal, rundherum einmal, Wurze gesehen, Vorgewende zu bahnen, Vorgewende gehen, ja, Feld 4 haben wir keine und die Arbeitsplätze, sondern, glaube ich, diese eine ziehen und das hat dann die 3 eingestellt und das heißt, dann sollt ihr zurückgehen und die 10. Und das war jetzt 10. 14, 14, 14, 15, 40 Meter, ja. Ich bin die Gäber, ich bin die ganze 10. Ich bin ein Perfekt. Ich bin ein Perfekt. Als gestern, also sollte ich eine Cush-Off-Session beginnen, also die Cush-Off-Session beginnen, also mal passiert hier, als die Cush-Off-Session beginnen, nein, ich wollte gleich, ich wollte gleich, ich muss beginnen, und ich habe kein Englisch möchte ich etwas tun, aber ich bin lieber, ich bin lieber, ich hatte mich, ein wunderbar, wie ich möchte, ich bin lieber, ich bin lieber, ich bin lieber, ich bin lieber, ich bin There we go. Und wir werden den Kurs genäht, wie er machte, die war da oben, aber wir genäht keinen Kurs. Da habe ich den Kurs genäht. Okay, ich war zu schnell, wahrscheinlich, ich habe nicht gewartet, bis ich das gelesen hatte. Also, jetzt können wir den Abfall anschauen. Und jetzt ziehen. Also. Also. Okay. Okay. Also, jetzt machte ich die Kurve. Jetzt war ich gerade irritiert. Und durch ist die Irritierung gekommen. Ich war wieder zu ungeduldig. Habe den Kurs genäht, aber dann nicht gewartet, bis er da war. Bis er angezeigt wurde. Und natürlich kein Kurs genäht wird, könnte auch kein Abfall, könnte auch kein Abfall gefunden werden, der den genäht groß abfährt. Ah. Okay. Du weißt du gut an der Erklärung jetzt mal? Ja. 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 Ich habe nicht die Achten tausend für den Kurs, aber der, 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 der dunkel jetzt selber. Und dann sind das immer. Ich fühle mich jetzt zugelassen. Der Kurs kostet 1.200 Euro. Wird sich dann schon zweimal nun sagen, haben wir 0 Euro. Also, weil wir jetzt hier die Automatik haben. Weil sie hier mit dem Computer schauen. Mit CoSpray. Haben wir also das Helfer-Guide gespart. Und, ähm. Also, das ist für den Geist und nöfter. Ja. Wir nehmen das jetzt hin. Wir suchen den Geist und Kinder Gelände. wir tun uns da,w Workersat users aufhören, auch alle Learnungen zu stellen, zumindest um der CRAST ausgefahren. Also, what about the books and the memoir wasn't as here, which I was saying. Also, the spider had to see nectar, and fish have to see fetch that see nectar. I don't want to put it, or upset it, or the skeleton to be wrong. What about the result? That is all the result I got. Also, the result I got. I thought that I got a lot of money here. I can't get a lot of money here. I got a lot of money here. I have to get a lot of money here. Aber die Frage ist, was lohnt sich jetzt überhaupt auf den Feldern oder genau auf meinen Feldern anzubauen? Bei den hohen niedrigen Kosten. Also ich müsste quasi die Amateurin leiden. Ich müsste die Felder düngen lassen. Dann muss ich das gleich unterrechnen. Dann brauche ich halt noch ein Gefährt zum Abfahren. Dann muss ich dann anders leiden oder so niesen. Ich finde es besser, wenn ich mich auf Gas konzentriere, als wenn ich nachher die BGA kaufen würde. Oder eine eigene BGA. Dann kriegt man dafür auch Energie. Und ähm. Wer ist denn die kleine BGA von 75 Watt? Dann könnte ich Biogas erzeugen. Also ich bin ja sowieso in der Energie erzeugen schon gut. Ich habe schon Winter und ich habe auch schon, äh, Sonnenkonvektoren und Biogas würde dazu passen. Und ähm. Ich sollte vielleicht jetzt auch gleich mal über, über mich umschalten. damit ich mal in der Runde 94 Liter hier verbrauche. Also. Das sind ja auch wieder 20 Prozent hier von, von dem was ich habe. Und das den ich verschenke. Okay. Machen wir das mal kurz. Da sind wir. Da sind wir. Ja. Ich muss mal kurz helfen mit der Dünger ausschalten. Und dass er jetzt mal kurz, äh, mit dem vorhandenen Dünger rauskommt. Dass er denn ein bisschen aufbraucht. Ja. Und dann. Und dann. Das macht das ja. Ja. Wir sind mit dem Futterkasten, ja. Der ist ja ein paar Prozent. Aber. Und wir gehören. Ich schaute mir nix hier und jetzt kann ich hier vielleicht mal wieder dazugehen, das hätte ich jetzt wieder eingeschüttelt, deshalb wieder kaufen. Ok, jetzt habe ich den wieder drinnen. Das hat nicht viel gebracht, die Weihnachtsfebrücke. Was ist das, die Missionssoftware? Ich weiß nicht genau, was ich jetzt sehe. Und wieder zurück, was ich jetzt hier an den Dünger ausgebe, was dann Helfer kostet. Aber das kann ich jetzt sehen. Ich habe ja mal 200 Liter von meinen 1,000 Liter, habe ich also unter. Das sind also, da muss ich immer sofort anhalten. Ne, geht da wieder nicht. Also, ein bisschen abschließen, ja. Und jetzt haben wir einen neuen Auftrag gegeben. 16.000 Euro für den Undienstleistungsumsatz. Und wie viel habe ich jetzt, ja, für den Dünger ausgegeben? Für den Dünger habe ich jetzt ausgegeben, 6.000 Euro für den Dünger. Und dann nochmal vielleicht, äh, 320, okay, 7.000 Euro. Bei mir immer noch ein paar Niveau. Ja, gut. Und da habe ich schon 20 Tonnen bisher. Wie hoch haben wir? Wie hoch haben wir? Wie hoch haben wir? 15 Euro haben wir schon, statt mal die Zeit unterstellen. Ich muss die Zeit unterstellen. So habe ich 15-fach. Und vielleicht ist das, so. Also, war ich wieder nervös, dann habe ich noch mehr Testen, die Geist als ich gedrückt. Und das hat auch gesagt, aber ich habe nicht nur das gesehen, das ist jetzt hier. Aber. Es ist mal eine Runde, Butter drin. Und, ähm, ja, gut. Warte. Ich umquatschen, nächster Auftrag. Weil verteilt sind. Das ist jetzt hier. Verteilt sind. Ja, das ist ein, ja. Und da muss ich dann mal gut hinfahren. Warte. Ich will. Warte an. Warte. Ich weiß nur. Mensch, mein Mein Naft outright. Je ne? Warte an. Ich nehme dich. Wir haben es nicht, also die Kuh passt nicht genau, es passt aber nicht ruhig zu sehen, dass der Umfang in meiner Kiste vorbeizukommen, dass ich ein bisschen höher anfangen kann. Also, will ich jetzt so weit wegzufangen, oder was ist das? Also, wieso kannst du die Lünger nicht nehmen? Die Lünger steht doch da, aber ich muss ja wieder weiter wegfahren, wie in der Hand fahren. An den Lünger steht ja nicht anders genug dran, ne? Jetzt aber... Okay, haben wir uns interessierter, und dann fangen wir jetzt mal zu dem Pferd 13, das heißt das Pferd hier vorne, neben dem Pferd 12, das zweite, auch in der ganz besonderen Form. Wir haben 16 Uhr gleich, und dann fangen wir jetzt an zu dem Konto. Also, das war das Pferd 13, das Pferd, und dann fangen wir jetzt drauf, und dann fangen wir jetzt an den Kurschen hin, also, da sind wir, dann fangen wir an den Kurschen hin, und dann fangen wir an den Kurschen hin, und dann fangen wir an den Kurschen hin, ja bitte, da haben wir den Fettkurs, und das sieht wieder super aus, und dann fangen wir an den Kurschen hin und dann fangen wir an den Kurschen hin, ja, und... und das Ding tut er auch, das Ding tut er noch nicht, da fährt er natürlich am Startpunkt, wo man das Heimarkt gibt wahrscheinlich, und genau, und jetzt geht die Kuppel ab, das ist ein ganz komisches Feld hier jetzt, also 24 Meter breite, und da unten sind wir, in 96 Grad, da hat sich früher immer Schwierigkeiten, mit dem integrierten iPhone, mit dem anderen iPhone, mit dem hin und her, und so, aber jetzt, der macht das super, der macht das super, jetzt hier 94, also, dann habe ich den auf der Summe aufgeteilt, und dann nochmal 11.4, also gerade, habe ich den Zinnomentwerk aufgeteilt, dann fährt 15 noch, und fährt 21, brauche ich nicht mal, das haben wir auch schon gedrückt, da fährt 21 oder nicht, da brauche ich kein Geld auszunehmen, bei 2300, wenn ich dann mein Geld, und ja, ob es sich jetzt lohnt, bestimmte Geräte zu kaufen, auf diese Weise, dann hat sich der schon mal, wie weiß ich, zu beigetragen, ne? Also 350, 340 Euro bekomme ich also jetzt dafür, dass ich das Geld zur Verfügung stelle. Ja, und bei der E-Mail-Team, da oben das Geld, also der E-Team, nicht zu seiner eigenen Ausrüstung, aber, da oben das Geld, also der E-Team, nicht zu seiner eigenen Ausrüstung, ja, ich denke, es kommt dann das weit, und dann habe ich das weit, ah, okay, weiter, weiter, also wieder zurück jetzt hier, also, könnte ich mal das Auge einschalten drinnen, das Auge einschalten, damit ich ein bisschen sehe, wo wir sind. Das Auge einschalten drinnen, das Auge einschalten drinnen, das Auge einschalten drinnen, Also ich habe mir überlegt, dass vielleicht Kratz und Silage hier doch wieder eine gute Möglichkeit ist, hier zurückzukommen, wenn ich die BGA besitzen würde und ich diese BGA abkaufe. Weil ich damit auch die Möglichkeit hätte, so außer der Heimer mal ein paar Dosen zu machen. Also ich habe einen großen Gast bei den Neustart, die Abgrenze für einen Kunden. Und der hatte also 54 Beine abgeschafft und da waren wir bestimmt noch mal 18 da auf dem Feld. Und das war ja 14, also das hat es mir gelohnt. Also ich könnte mir vielleicht hier damit auch meine eigene Ausrüstung ein bisschen finanzieren, wenn ich hier selber gute Geräte kaufe. Als Dünger haben wir dauernd was zu Düngerät. Ich habe ein Düngerät. Dann könnte ich hier noch ein Düngerät kaufen. Dichterätes. Dann hat er wieder die Autor gebraucht. Da haben wir die Kärne geklappt. Sie können die Natschung mit zwei Eltern haben, aber ich habe einen Dünger, einen zweiten Dünger brauche ich nicht. Ja, also die Frage ist, was mache ich mit meinen Feldern? Ich wollte also meine Felderrichtung steigern und dazu dann Felder kaufen, aber was mache ich mit den Feldern. Wenn sich das Anbau nicht lohnt, weil die Fläche zu klein ist, also sie lohnt sich vielleicht schon, aber man muss dann vielleicht überall das selbe Mal drauf machen. Aber trotzdem, der hat natürlich hier mit zehn Hektar ganz andere Möglichkeiten. Die haben eigentlich mehr wie zehn Hektar die großen Bauern jetzt hier. Auch hier jetzt hier. Das sind ja auch viele Hektar, aber das kostet auch wieder 600.000, 800.000, was das landt. Und das Zweifelraum kostet auch schon 454.000. Da könnte ich einen Geist mähen und was soll ich mit dem Geist abnehmen? Ja. Dann möchte ich anschließend das andere Gerät von Kuhn auf demselben Kurs laufen lassen. Wenn ich dann den Kurs dazu einfallen, zum Abschneiden, dann müsste ich den speichern und dann kann ich den vielleicht auch automatisch mit dem Excel einfach machen lassen, dass ich den Spader Kurs aufhabe und das dann den Kurs hier, der Kurs, der nachher in die Bank geht, auch irgendwo dem Kurs läuft. Und dadurch brauche ich dann nur die Sache zu machen, selber zu machen. Und da fällt dann auch diese Beweise, diese Gerät von Kurs, liegen dann die Beine genauso. Also, das müssen wir mal ausprobieren, ob das geht. Weil die liegen dann genauso an der Stelle in der Stelle. Also, ohne die sind schon gesehen, habe ich hier, dass sie meinen sind. Jetzt könnte ich mal vielleicht, äh, die vielleicht, vielleicht die Jünger ausschalten, die Jünger kaufen ausschalten. Und wenn sie dann sehen bleibt, fällt sie wieder ein. Jetzt gehen wir wieder einschalten. Und, äh, hier ist die Jaguar für 7 bis Kahlo zur Seite, also. Ja, wir sind die Jetzt geht es schon mal gut, jetzt geht es schon mal gut, also jetzt sofort ein bisschen Shatterberg-Creme machen und jetzt habe ich jetzt mein Eis verworfen, was ich verworfen konnte. Ja, Zürcherboden machten früher immer sehr viel und Kartoffeln auch, also vom Volumen her. Wenn ich jetzt die Kartoffel abenden lasse, vielleicht ein großes Fell mit Kartoffeln, dann fahre ich da 100 Tonnen Kartoffeln ein und dann kriege ich dafür den Betrag, ja, der Betrag muss höher sein als das, was ich in den Nienkosten bezahle und damit noch was übrig bleibt. Also, man sieht, man hat Probleme über Probleme, wenn man erst mal was besitzt. Also, mein guter Bescheid, der in 30.000, haben wir schon mal heute, wenn die 30.000 Kediten sind, Kreditbetriegung vielleicht machen oder was wollte ich eben bis zu 50.000 zusammen haben. Also, 20.000 habe ich heute verdient und schätze ich mal, ne? Oder? Was habe ich bisher verdient? 28.000, 28.000 und Einnahme geworden, 27.000 habe ich bisher verdient. 28.000. Das sieht gut aus. Das sieht mehr aus, als man auf den letzten Blick meint. Gut. Gehe ich jetzt immer weniger bei den Lunddienstleistungen oder meine ich das nur? bei den Lunddienstle. Okay. Okay, ich möchte sie auf, was ich dann. Okay, ich gebe 9000 dafür. Also, 9000 davon werden dann hier. Ich möchte sie auf, was ich dann. Ich möchte sie auf, was ich dann. Ich möchte sie auf, was ich dann. Also, ich möchte sie auf, was ich dann. Also, ich möchte sie auf, was ich mache. Also, ich möchte sie auf, was ich sage. Ich möchte sie auf. Ich möchte sie auf. Ja, das ist so. Dann wird er jetzt testieren, machen wir und dann wird er auch rechnen, wird er auch. Also das ist gut, ich werde ihn mal zurück anwerfen, dann wird er jetzt mal zurück anwerfen und dann wird er dann nachdenken und auf diese Weise gehe ich also 340 Jahre auf, das würde nicht mehr, das ist gut, ich habe dann noch ein bisschen am Anfang das war jetzt auch, wo ich ja, das ist immer Jagdmizize. Ich werde da für zwei geht's, dass es, das heißt. Ich bin der Fall, die ich von dir schon mal nehm. Ich bin der Tag wiedergeist. Und die Tatel ist es dann, dass ich den Tag nicht wiederholt habe. Ich bin der Fall 15. Ja, ich bin der Fall 15. hier haben wir 515 und du möchtest jetzt hier ein Video einfallen und ja, und da habe ich dich jetzt hier eingeschaltet automatisch, einfach kaufen, ja, aber eingeschaltet und dann kommen Kurspäne und deshalb jetzt hier den Kurs genähen, Kurs genähen machen und dann den Kurs genähen, also bei 15, ja, und das haben wir so gewährende Machen, die Tage sind, ja, machte und 24 Meter eingeschaltet, ja, und dann wird das Fett genähen, ja, und ja, mit dem 2, können wir einfach anfangen, abhangen schon einmal, jetzt gehen wir jetzt ein bisschen, ja, und 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 das ist ja, und 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 ich möchte gerne, ich möchte gerne, ich möchte gerne, ich möchte gerne hier die eingeschaltet haben, ich möchte hier wohl das jetzt hier, also, das geht jetzt hier wunderbar, ja, kein, 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 kein Affen mehr in so, also, also, das habe ich ja früher immer gezittert, dass hier den Bärschuf kam, dann die Steine abbringen, und ich das mal an der Bahnen schien da runter, was weiß ich, finden sie da rein, und das geht jetzt ganz rum, wo potabel, das geht jetzt ganz rum, potabel, ja, hier, dann haben wir noch ein Feld, 1,20, dann müssen wir dafür was einfüllen, ein bisschen was, und, äh, und wir sind bei 41.000 schon, und, äh, um, bis 1,30,1,2,1,2,1,2,0,1,2,1,1. Mal, mal, anda. Das Sie uns jetzt ben burt und zu werden, jetzt sind die Bärschlücke und zu das,5,5,be Ở. So, saß im Vergleich zu Berlin zu, ich bin, ich bin, also,頭 Saint saß im Vergleich zu diesem Und, äh, auch, in jeder Form verwandelt. Einigen Kamm market, geradeaus, ich bin, sowieso, crowning, wir voll in jedem, weil darum, wir Kammel verbunden world- und jetzt können sie sichern, dann aus bal进, und das geht, ganz natürlich ... und der Seite. Und dann, wo wir, while er sich verorteile Narren und nachThrillen hat, Die Fels ist da drüber, die Fels ein bisschen nach vorne passt, also es klappt jetzt wunderbar mit dem QSB, also könnte ich mir jetzt die Fels da oben kaufen, da was anzusehen, aber was ich hier oben an übersetzt habe, also das heißt, ich bräuchte dann eine Saatmaschine, eine gute, die könnte ich jetzt kubeln und nach der Fels, also ich habe schon mal abgeschossen, also im Moment wo sind wir, da sind wir, da können Sie die Butter abschließen, ja, also gut zusammenbauen, und jetzt habe ich noch den dort, und was hat der 18.000, ich nehme den auch noch, 18.021, da haben wir den getrunen aus kürzlich, also vielleicht 21 hätte ich ein bisschen am Tisch an meine Mama getrunken können, oder? Also, muss ich mir ein bisschen hinzuschließen, und äh, also, ich denke mal, ich tue dir sowieso gefallen, wenn ich hier das Fett abkaufe, weil das wird sowieso nichts mit ihm werden, das tut sich ja nicht. Also, ich muss mal ein Stückchen an die Nür anfangen, so, und das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen, danke, gut, 17 Liter, und dann fangen wir jetzt zu dem Vers 67, bald 21, und so. Ja, sehr schön, das geht jetzt hier, mit der Spannweite, mit der Spannweite, mit der Spannweite. Und wenn wir jetzt hier irgendwo hoch, wenn wir hochkommen, dann kommen wir hier schon hoch, das ist noch zu steil, also kommen wir noch hoch, also, mit der Spannweite anfangen, mit der Spannweite, also, ich weiß nicht genau, also, ich möchte den vierten Sommer frei, bis zum Jahr 2022, im Jahr 2021, und, äh, also, ich möchte den auspacken, also, stehe ich jetzt hier für den 21er, ja, ich stehe genau davor, und, äh, aber jetzt sind ja, verkehrt auch von der Präsentation, ne, und ich sollte vielleicht da hin, dass wir nach oben kommen, also, ich möchte hier, ich habe den ausgewartet, und, äh, dass wir jetzt hier hochfahren, und und dann bräuchte ich beim Kursgenerator, dann müssen wir den Kurs entscheiden, dann fällt ein Kurs, dann kursgenerieren, dann fällt 21, aber fällt 21 und 14 Meter Vorgewende, doch bitte mit Vorgewende und dann soll man den Kurs genähen, das ist einfach, wir bräuchten sie nur einmal und dann lassen wir noch die Fresse in der Mitte, gehen dann wieder zurück und dann werden wir die Hälfte anschauen, dann möchte ich auch nicht sehen, also die Fresse und dann sehen Sie unter und den Tänisch. Sie ist jetzt den Tänz hier. Reubert los. Wo ist der Ring noch? Wir sind den Tänisch. Also, die habe ich eigentlich eigentlich nicht die Jünger nachkaufen, habe ich. Was macht ihr da oben? Der Diskutant sagte, okay, wir sind zufrieden, was immer der macht. Also, ich will auch niemandem sagen, dass er jetzt hier da spürt, sondern, was hat der vorgegeben, was ist das hier, absehe, was hat er da hingebaut? 21 ist da, absehe ich da hingebaut. Aber 21 gab's. Okay. Wir machen das jetzt hier kurz, einmal so. Okay, besser geht nicht. Wir waren unter den Hin- und Herverein, da haben wir jedes Ende kratzt und wieder kratzt und so, das dauert unheimlich viel zu lange. Ja. Das ist ja eine intelligente Hose-Show. Also, ich möchte mal fertig sein. Also, da sind wir fertig. Ich kann es hier entlassen, ja. Okay. Und da kann ich jetzt die Nummer abschließen. Wo ist das hier? Okay. Abschließen, haben wir. Also, jetzt habe ich noch einen Vertrag, den jetzt hier. Einen? Ja? denn es ist ein wenig denn es ist immer ein Telefon also warum nicht wenn geht das wieder nicht in den Torn habe ich kein Rüst auf also der hat also 1 Hektar, ein Landflasche von 247 Hektar und der hat 1 Hektar, das ist also 1 Hektar und ich mach, ob man geht hier, und wir lassen, wie mein lassen ist hier, und die lassen, ja, die Außen, ich mach mal, ich mache jetzt Moche, ich mach nur hier oben, also ich muss, hier ist mein Unterbuss, hier ist mein Unterbuss, hier ist mein Unterbuss, Verdüngung. Das ist jetzt die Möglichkeit, den Feinfeld einverdünger, das mir jetzt gehört, unter die Gästehermste zu steigern oder was auch immer. Wäre gut, wenn ich ein Tito hätte, wo ich, wie gesagt, gleich einleihen kann. Warte ich noch nicht. Hier kann ich den Weizen einleihen und was noch? Also, ich möchte jetzt mal kurz das Fältigen, das Fältigen hat die Art der Beisegung von vielen Zentimeter. Wenn ich jetzt ein Video reinfahre, dann vielleicht mal. Da fehlt mir links. Kurz in den Fältigen, das ist hier Fält 19, 23. Ja. Und unten kurz mal wieder eine Bahn. Ja. Und 15 Meter weiter. Ja. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. die Nürnberg ist ein ein bisschen. Ich bin da auch gekommen und ohne. Also, ich bin da auch wieder zurückgezogen. Und ähm und ähm, ich muss die Hälfte einstellen und das ist ja Das ist ein paar Worte. Das ist ein Worte. Ich denke, ich werde das nicht mehr nachgehen. Und dann wird das Füße in der Akadent und die Beidung, das ist jetzt hier ein paar Hände. Also für das Feld, eine Dünnwaschung drauf und meine Feder, eine andere Feder, was sagen die jetzt hier, weit frisch, grün, das heißt gut drauf jetzt hier und da kommt es auch gut Aufhehr rein, hier wo es verdient ist, wir haben die Dünn, dann gibt es die Dünn, aber hier gibt es die Dünn. Dann sind die Dünn, dann gebe ich jetzt die Dünn, aber die Dünn. Okay, am well. Ich bin ein paar in der nächsten. Okay, wir werden jetzt in zwei Wochen. Und dann mit von der Zeit, wir kommen die Erwachsenen mit. Und dann bei uns jetzt wir kommen Gasfass mal. war ein Grasfeld Dürgen, war ein 19er, ein Grasfeld, war ein 68er, also mit dem Grasfeld Dürgen lassen, hier muss ich den Pfeil nicht so reinfallen, weiß ich genau, das ist hier ein Felschener hier, also ich möchte hier ein Felschen nehmen und mit der Nummer, Felschen hier lehnen, Fels 19, das ist das jetzt, ja, aber warum tun wir bitte, bitte mit der Beide, ja, hier lehnen, Felschen, warte, wir fetten da einmal um, nur, in die Seine, wir fetten einmal außen rum, und aus, das sieht so aus, also, dann über den Felschen, das heißt also, dann fängt er dran, jetzt sind wir auf 24 Meter, und dann haben wir den hier auch gut gedüngt, also jetzt haben wir die Felschen gedüngt, und hier, mein Felschen sowieso, ne, wir müssen nochmal Kalken, wo was mit Kalk holen, einen Kalkstor vielleicht, um das Feld besser drehen zu können, dass er gut gedrückt ist oder nicht, ich muss das Felschen natürlich, also einen Kalkstor, also ich kann nicht keinen Kalken, aber wenn ich einen 1000 Liter Kalk kaufe, dann das ist dann mal echt, ne, ich sehe mal kurz diese, da können sich das Feld da oben, da sind wir sonst sicher auch mal kurz Kalken, also, hier sind wir durch, hier sind wir durch, aber, ok, wunderbar, also, jetzt haben wir das Feld da oben gekalkt, wie der fällt aus, kein Unterschied, kein Unterschied, kein Unterschied, kein Unterschied und, ähm, der muss also Kalk drauf, dann mal 22 bei der Bodenbeschaffenheit, und, äh, wir sind im grünen Bereich, wir sind im grünen Bereich, und, ähm, wir sind im grünen Bereich, und, ähm, wir sind bei 19, bei 19 wächst nichts, so fängt er später an, also, also, jetzt folgt jemand drücken, er sieht mich jetzt, also, ich wollte, äh, mit denen erstmal, mit denen auch erstmal, und jetzt, äh, jetzt wollte ich eigentlich, da schauen, ob jetzt hier, wann Gras wächst, also, Gras, kann jetzt, wann geerntet werden, er kann nicht mehr geerntet werden, aber momentan wächst kein Gras, warum nicht, muss ich das sehen, oder, não, oder, jetzt haben wir gerade, wächst, wir gehen, wir gehen, wir gehen mit dem Gehirn herstellen, Aber so würden vielleicht, anstelle von Gas, ich habe Gas genug im Moment, aber Gas muss das da automatisch nachwachsen. Temperaturen sind gut, also die Zufall was tun, also jetzt haben wir die beiden wieder unterfallen, die Dünger, und so haben wir, das sind nur, das sind 30 haben wir, also jetzt hätten wir hier so einfallen, ich fange mal hier ein, da wir hier mal die Dünger stehen, jetzt steht immer der Dünger, ich möchte die auch stehen und da gibt's auch die Dünger, also nicht sein, also ist die Dünger, aber ich finde ja das ist auch vielleicht ein Grund, also das ist auf die Dünger, also ein bisschen von der Dünger, das ist die Gunde schnitt, das ist die Dünger, das ist die Dünger, und A, ich muss immer den ausschalten, ich muss immer ausschalten, wenn ich jetzt C und A mache, jetzt C und A, ich gehe nicht in den Autobilder einschalten, ich kann nicht so, ich gehe nicht in den Autobilder einschalten, ich gehe nicht in den Autobilder einschalten, also, ich gehe nicht in den Autobilder einschalten, also, Part 2 wäre noch besser, ich gehe nicht rein, also, ich möchte jetzt immer zum Schöpfe, zum Hof zum Schöpfe an, die ich schicke vielleicht auf Schöpfe, vom Hof Schöpfe möchte ich fahren, ich sehe, das ist ein Blattes, und das ist es, das ist dann, ich finde das es, ich mache, das ist ein Blattes, das ist ein Blattes, nicht, ich will im Formate einen Training Kumar aktivieren, wir gehen dann den Inektor zu im nächsten Wegpunkt nicht, ich will beim nexten겠습니다, beginn, ich mache das jetzt, ich werde erst noch einen Sherman-Wiegrund, den nächsten Passenden Wegpunkt, die ich einen Horn-Chairdecassel und dann ä cohlocken Apps und stünde es einfach, ich spلا! Ich brauche jetzt mal eine Gabel jetzt immer lieber, also ich brauche immer die Gabel, ich muss immer die Gabel in die Konterland stellen. Also ich möchte jetzt einfach mal sehen, ob ich vom Zementwerk hoch zum Schubzweifern und dann kann ich den Auto-Def, also und hier ist ein Wiesmann-Defen, also die Maschinen anschauen, aber und die Maschinen ist in meiner Mama also Dann über den und dann nochmal die Größe verwalten und auf den Schub reinfallen, dass sie den 2, ja. Und dann. Ich weiß nicht, wo ihr in Fett? Aber ich hoffe, dass das dann bitte, wie es mit dem Fett, und es ist nur ein Fisch. Komm hoch zum Schub, ja ok, dann machen und jetzt möchte ich bitte im nächsten Gebiet Der soll jetzt warten, nächster Preis in den Wertbrot und dann F einschäen und dann würde ich es nicht fallen Ja, du nicht, du nicht mal lieber, also fallen lassen, nur 2-5, ich weiß nicht wo die Enten wird, aber der lässt es natürlich schon fallen Das sieht aus, das sieht aus Das sieht aus, der Fett ist im Schub und da kann ich vielleicht den Fett 2 fallen lassen und dann nehme ich die Rechte aufbauen zum Endflash Also, ich könnte in der Zwischenzeit mal den Transport zum Endflash, den Transport 5 verteidigen zu ziehen, ok Und wenn wir zurückfallen, so, das wäre der Fett 2 und Fett 2 zum Schub und dabei Also, der Fett 2 ist nochmal gut Da war halt den Kurs eingefallen, in der Zeit dann mit dem Hof und greift ihn jetzt, das Mo-File und den falschen Schub zu kredieren, also die Zeit die an. Einfach den letzten. Okay, ich weiß nicht, weil der mit dem Auerwerk auf sich hat. Ich muss jetzt den mit dem Zementwerk unterfallen. Und dann soll er vom Zementwerk nachher. Ich muss jetzt den mit dem Zementwerk nachher. Ich muss jetzt den Zementwerk nachher. Also, was ist denn? Funkstück setzt er noch? Okay, geht der heute noch. Aber, ich möchte ihn für den Rüschchen. Also, ich möchte ihn dann absenken. Also, ich möchte ihn absenken. Und wenn ich jetzt mit dem Fugel, also bei dem Zementwerk nachher. Also, ich möchte ihn mit dem Zementwerk nachher. Also, ich möchte ihn mit dem Zementwerk nachher. Also, ich möchte ihn mit dem Zementwerk nachher. Wir können jetzt von hier Dr. Raff Ah Ja Jetzt möchte ich die Fert 2 fallen, wir haben auch kein Fert 2, Doktor ist Fert 2, das die Fert 2 werden und dann, ok, und dann, weiter, 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 am Ende, will ich nur Fert 2 haben, die Unnich, keine Ahnung. Unnich, ein Schubfeln. Unnich. Als die Verte umbefelling vorne backt, ist es nicht. Wo ist es? Es ist nicht. Wer ist es? Ich habe es. Ich habe es. und dann ist es auch da, ja, und das ist nicht so, dass ich den Weg anschein, aber ich kann so viel halten, auch nicht, und jetzt auch nicht. Also wenig wäre ich von niemandem aus aufzeichnen, aber ich möchte ihn auch nicht zurückziehen. Jetzt könnte ich ein bisschen ein bisschen was, aber ich würde es nicht so schauen, aber ich würde es nicht so sagen, dass ich das nicht so denke. Ich würde es nicht so schauen, dass ich das nicht so sagen würde. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wie wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay, also fünf Stück habe ich dort abgeliefern, jetzt kann ich ja dieselbe dort unterfallen. Vielleicht können Sie von dort wieder von Feld 2 zum Shop fahren wenigstens. Vielleicht von dort zum Shop kommen, von Feld 2. Also hier ein Experiment jetzt hier, ein Experiment mit Autodrive. Ich habe hier wieder was hören drauf und wollte versuchen, ob ich mit Autodrive zum Ziel fahren kann. Das funktioniert aber auch nicht. Sie scheinen sich wieder verschwunden zu haben. Kurzplay und Autodrive, dass Sie sich nicht bei mir davon was anhängen. Dass Sie jetzt nicht mehr in den Tektor hinfallen. Ich weiß nicht, dass Sie nicht mehr in den Tektor hinfallen. Ich habe nicht mehr in den Tektor hinfallen. Ich habe nicht mehr in den Tektor hinfallen. Ich habe nicht mehr in den Tektor hinfallen. Die beiden mit den Metrik sind wir da. Was ist? Also, wir können die Meldung sein. Dann können wir das hier. Okay, wir können die Meldung sein. Das ist die Meldung sein. Die Böschung ist der Meldung. Es ist kein Mensch, das ist der Meldung. Die Meldung ist der Meldung sein. können. Ne, will er nicht, will er nicht, wieder schmieren. Könnte wir wieder hochheben und dann können wir das Ende auch, 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 also, also, da liegen wir fest, ich füge Papier, also, wenn ich hier jetzt hier die Abplätze, also, jetzt geht auf einmal aus, jetzt hier oben, jetzt geht auf einmal aus und da habe ich jetzt 20% drin, da ist 20% drin und, ja, jetzt könnte ich mal versuchen, ob ich jetzt, jetzt ist ja nicht mehr drin, wenn ich wieder, und dann, also, also, ich habe immer so unkoordinierte Bewegungen hier drin, weiter dann, also, also, die Steuerung ist unbesuchten, jetzt hier, also, müssen verwalten, ich möchte jetzt, äh, den Platz 1 fahren, ich möchte jetzt im Schub fahren, dann muss ich viel fahren, dann muss ich viel fahren, dann muss ich viel fahren, also, also, was haben wir jetzt hier, was haben wir jetzt hier, keine Mission, 4.0, wo komme ich jetzt habe ich jetzt hier, ja, und ja, gott, geht's gut, ja, geht's mal, mein, oder? Ja, wird, was ich schon zumindest oft, das ist mir, meine, okay, ich bin im Schub, hier, ich bin, hier, ganz, sehr, mal, also, Wir haben hier einen Wegkitzel und wo ist die Wegkitzel? Wir haben hier einen Wegkitzel. Die andere one, so. Wir haben hier einen Heimat. Wir sind hier in der Heimat. Wir sind hier bei 50.000. Wir haben hier ein bisschen schulden, aber so viel. Brauche ich auch nicht. Also 30.000. Wir haben hier eine Pizza heute. Und mit der Gildedate. Und da haben wir noch 27.000. Die 10. Die 10. Die 10. Die 10. Die 10. Daher komme ich wo hin. Die 5! Und dahält. Die 110. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, oder so, dann komme ich hinten aus, dann komme ich jetzt hier aus, und wenn die Klappe wurde, hier ist die Klappe wurde. Wenn ich jetzt hier ein paar komme ich wohin, achte ich, komme ich mir schon aus, und dann in der Hand schon zurück, genau, und dann komme ich schon mit ihm. Also, dann komme ich schon mit ihm. Dann komme ich schon mit ihm. Also, es wäre nicht, oder, dann kommt er nicht. Also, das ist der Punkt 30, haben wir. Zeit für Verabend. Zeit für Verabend. Die sind verlöscht, gefüttert und gedrängt. Und von mir sind auch gedrängt. Also, was wollen wir mehr? Was wollen wir mehr? Also. Ich kenne es ja von mir zum Wofan, oder nicht. Ich hätte da irgendwie viel Wofan. Ich kenne es ja von mir zum Wofan oder nicht. Alter. Oder ja. Ich kenne es ja. Ich kenne es ja. Ich kenne es. Nur, dann gleich ... Yo drincé, in der perdriere. Jetzt noch gar nicht her. Den Kuss hat er gespeichert. Wahrscheinlich hat er vom Zimmensex den Kuss gespeichert, dass er den nächsten Mal eingehen muss, damit er ihn dann hinfindet. Jetzt habe ich keine Palette dran. Von daher möchte ich erst mal mit einer Palette da auffahren und dann bin ich noch mit einer Palette dran, den wir schwingen. Das ist ein Mensch, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch. Okay, möchte ich dann mal weg die hier lassen, die da unten ist, möchte ich dann nicht, die Läufe jetzt hier, sind wir jetzt hier, ich möchte sie einfach mal in lassen jetzt hier, also, da sind wir, helfen lassen, ja, und dann möchte ich ihn ausschalten, so, das haben wir jetzt, sind wir jetzt schon mal am Hof, wieder am Hof, sag ich mal, in Basel, und, also, die Gitarre wächst gut hier, schauen wir, also, meine Gitarre, das hat in diesem Bereich, wie die Gitarre, der andere und auch, von Wachstum, Wachstum Bodenbeschaffenheit, ich brauche noch einen Dünger, also, da habe ich sehr viele Gäste, aber ich habe keinen Hofsilo, und am Hofsilo könnte ich dann sofort, also, die Gäste und die, den Weizen könnte ich dann sofort hier abspeichern, dazu brauche ich aber einen Hofsilo, ich brauche keinen Weizen Kugel, ich brauche einen Kugel, ich brauche einen Kugel, und dann dieser brauche ich, ja, außerdem wollte ich mich auch mal nachschauen, bei diesen Geräten, dieser Bau für eine Alternative bei den Mähtechnik, da wollte man ja schon, also, also, das war der, der ich jetzt hatte, ne, 1290, der Mähtechnik, 5.000, ja, okay, weiß ich, 5.000 kugelte der, und da ist kein Ding da, der der, 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 der der, 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 der der, der Mann, war einen Weizen, 5.000, ja, zu 34.000, ja, und, ah, wo auch eine Zufung in der Keynote, das war eine Kugel, ich bin. Jetzt bin ich ja schon, 5.000, 6.000. 1.000, 7.000, und, ah, und, ah, und, ah, noch einmal, als bin ich1200, dass, ah, das Ich bin der HM, was hier zu dem, und dann bin ich bei 2.0. Ich bin der 13.0. Ich bin der 13.0. Ich bin der Technik. Also, die gibt es 70.000 und das Geld gibt es 54.000, 124.000 und 225.000 war sie. Und ja, sie hat einen zügigen Arbeitsfluss und da könnt ihr vielleicht den da hinterher machen oder auf dem Demkurs sitzen, weiß ich noch nicht genau, was ist für ein Geld hier. Das ist richtig schön gut, da passen wir einen Acht im Bein da auf. Ich habe aber eine ganze Bein, nur mein Lieber. Das ist ein Quadrant und das ist ein Holland, ja. Okay, direkt bei der Hand. Da haben wir vier hier. Ja, mit dem Vieh können wir vielleicht auch die Rollenbeine auffallen mehr. Also mit dem kann ich vielleicht auch die Rollenbeine transportieren und damit bekomme ich dann mehr Rollenbeine transportiert, nicht wie, wie mit dem Moses und dem, mit dem Einer und dieser Mutter. Da war ein Verquart dabei und dann verundbar. aus dem Unsere Steine Die 127 ist gut und das Geld ist ja auch ganz gut, also weil ich da mit vier Metern und dann muss ich noch einmal fahren und dann brauche ich noch einmal fahren, okay, dann müssen wir halt zurückfahren und nochmal zurück, dann müssen wir mal den ausmachen, so und jetzt haben wir also verarmt, 17 Uhr, endlich mein normaler Fahrzeug, also jetzt haben wir 40 Stunden, haben wir heute gemacht, wir haben sogar eine Kursung, haben 50 Stunden gemacht, wir kommen da aber für 50 Stunden, und das heißt, ich könnte mal 30 Stunden durch sein, so, 27.000 und, ja, aber du musst mal sehten Tag hier, wir sehen, das war, ah, ich hab schon gestorben, im Tag 30.000 vielleicht, Minimum, jetzt habe ich noch 14.000 im Konto, das ist also, das darf ich auch sehen, sind die Einnahmen von heute, das sind also die Einnahmen 30.000 abziehen, wir haben die Einnahmen von heute, was haben wir jetzt heute, wir haben heute Einnahmen gewonnen, 22,8 dazu und wird dann nicht mehr, wenn das Video bei 30.000 landen, heute Abend, heute Abend, und Lohndienst heißt, das habe ich noch 29.000, das ist also dann, minus 18.000, wären dann 16.000 ungefähr, die Meter waren, also, das lohnt sich dann auch nicht, Ok, leider. dann haben wir morgen 96.000 vielleicht und so weiter und so weiter. Okay, das wird schon unter gemütter Zeit und jetzt muss ich heute noch die Zeit hochstellen, bis heute Abend und ähm, ja. Jetzt habe ich jetzt schon 50.000 durchgezahlt, 70.000 eigentlich, 70.000 habe ich schon durchgezahlt und ähm, wo man geht, ja. Ja, und ich denke, wir haben heute, wir haben heute noch 20.000, wo wir heute schon mal haben, wir haben heute schon mal, wir haben heute schon mal gekauft. Hatte, dann bitte bitte ein bisschen, ja, 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 okay, da unten, jetzt war es noch ein bisschen heute, du gehst, kannst du an einen Partner, okay und tschüss.